Annalena Baerbock zahlt Millionen Euro Steuergeld für kriminelles Hawala Banking. Das wird auch von der Taliban in Afghanistan benutzt und es geht hier natürlich um Zahlungen nach Afghanistan. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich bin wirklich fast umgefallen, als ich diese Meldung gelesen habe und ich habe gründlich recherchiert. Und was soll man sagen? Ich glaube, Frau Baerbock macht sich hier einer Straftat schuldig. Ihr könnt das Video hier mal verfolgen in aller Ruhe. Und wenn ihr der Meinung seid, dass Frau Baerbock hier verstößt nach § 27 StGB, dann könnt ihr am Ende dieses Videos bei der Berliner Polizei auf der Online-Wache eine Anzeige gegen Frau Baerbock stellen. Frau Baerbock ist nämlich auch gerne dabei, Strafanträge gegen YouTuber zu stellen, so wie mich zum Beispiel. Deswegen kann ich hier nur sagen, dass Frau Baerbock mutmaßlich kriminell ist hier mit ihrer Handlung. Es ist noch nicht gerichtsfest bewiesen. Worum geht es eigentlich konkret? Es geht um das Hawala-Banking-System. Das ist das Bankensystem, was in der arabischen Welt gang und gäbe ist. Es gibt Hawala-Dare. Das sind die Leute, die die Zahlungen entgegennehmen oder Geld auszahlen. Es gibt keine Belege, keine Papierbelege, keine Kontonummern. Es gibt einfach nur Nummern. Ihr geht quasi in Berlin zu einem Hawala-Dare. Hier habe ich gleich ein Beispiel, wie das hier funktioniert. Und zwar die Bundesregierung hat Bargeld abgehoben und hat das dann wohin gebracht. Man geht zu einem Hawala-Dare und sagt hier, keine Ahnung, mein Onkel XY aus Kabul, dem schicke ich jetzt 1000 Euro. Der Hawala-Dare nimmt das Geld an, kassiert 10% Transfergebühr selbstverständlich ab. Und die 900, die wandern dann nach Afghanistan und werden dort bei dem entsprechenden Auszahler über die Nummer ausgezahlt. Im Hintergrund steht ein interessantes Verrechnungssystem aus diesen Töpfen. Und jetzt ist hier allerdings interessant, ja, ich habe Quellen. Quellen von der BaFin, die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, von der IOM, also vom Internationalen Flüchtlingswerk. Die sagen zum Beispiel, Before the Taliban take over, the Hawala-System occupied a grey zone in Afghanistan und so weiter. Ich habe euch das mal eingeblendet und das heißt auf Deutsch übersetzt, vor der Machtübernahme durch die Taliban befand sich das Hawala-System in Afghanistan in einer Grauzone. Weder völlig legal noch illegal. Hawala wird mit Kriminalität, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Afghanistan und weltweit in Verbindung gebracht. Ist aber auch für Überweisung und Geldtransfers von entscheidender Bedeutung. Sagt die UN, und zwar die IOM, die Internationale Organisation für Migration, also das Flüchtlingshilfswerk, sagt, das Hawala-System wird mit Kriminalität, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht. Jetzt sagt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, also die BaFin, das Erbringen von Zahlungsdienstleistungen über das Hawala-System ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis nach § 63 Abs. 1 Nr. 4 Abs. 3 ZAG, ist strafbar. Und bei Vorsatz kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, sowie bei Fahrlässigkeit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren verhängt werden. Also, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen untersteht Herrn Christian Lindner. Und die sagen, das Erbringen von Zahlungsdienstleistungen ohne die Erlaubnis. Und das ist es hier beim Hawala-System, die Hawala-Dare. Sie sind nicht erlaubnisfähig, weil alleine schon die Dokumentation fehlt. Und darauf stehen hier fünf Jahre Gefängnis. Jetzt ist für mich die Frage, wenn ich weiß, als Bundesministerin des Außen, Frau Baerbock, dass diese Dienstleistungen, wie hier die BaFin schreibt, illegal sind, weil die erforderliche Erlaubnis fehlt, dann frage ich mich doch ernsthaft, wie ist das mit § 27 Strafgesetzbuch Absatz 1? Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. Was macht denn hier das Auswärtige Amt? Das Auswärtige Amt weiß, dass dieses System ohne diese Zulassung illegal ist. Und sie benutzen es trotzdem als Ultima Ratio, wie sie gleich sagen werden. In meinen Augen sollte das mal ein Staatsanwalt prüfen. Es geht nämlich hier nicht nur zur Beihilfe zur Straftat in dem Falle. Es geht hier im Zweifel auch um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das könnte man gleich mit anklagen bzw. mit anzeigen. Und wenn hier nur 100 Leute, die mein Video verfolgen, in Berlin diese Anzeige machen, dann haben sie richtig Arbeit in Berlin. Aber Frau Baerbock hat es verdient in meinen Augen. Wer selbst unbescholtenen Bürgern mit Strafanträgen hier droht und über den Mund fahren möchte, der muss damit rechnen, dass wir uns auch wehren gegen diese Regierung. Denn hier wird Steuergeld ins Ausland verschoben. Und zwar geht es um mindestens 245.000 Euro. Alleine Hawala-Gebühren, die Frau Baerbock bezahlt hat. Ein Sprecher des Ministeriums, und zwar von Frau Baerbock, räumt ein, Zitat, Das ist eine schöne Ausrede. Aber selbst unter Abwägung aller Risiken als Ultima Ratio ist das Nutzen hier von Hawala, das ist illegal, Leute. Das darf man nicht. Vor allem die Hawala-Dare in Berlin, denen ihr das Bargeld hier gebracht habt, die können sich strafbar machen mit bis zu fünf Jahren Haft. Und ihr helft dabei. Ihr wisst davon und helft trotzdem mit. In meinen Augen ganz klare Beihilfe nach § 27 zur Straftat. Hier heißt es, mit dem Bundesfinanzministerium, also eben denen, die die BaFin hier beaufsichtigen, sei die Ausnahme abgestimmt. Ähm, Moment. Seit wann kann ein Ministerium von etwas, was illegal ist, eine Ausnahme machen? Hallo? Hallo? Kleiner Denkfehler beim Auswärtigen Amt. Die Transfers aus Deutschland würden der Genehmigung der BaFin unterliegen. Ja, aber nochmal. Die BaFin sagt, das Geschäft kann nicht legal betrieben werden. Aus der nachgeordneten Behörde hier, es wurde bei der BaFin nachgefragt, dort heißt es auf Anfrage, Zitat, das sogenannte Hawala-Banking kann in Deutschland nicht legal betrieben werden. Frau Baerbock, ich glaube, Sie sind ein bisschen im Arsch. Also, das ist eindeutig. Das ist eindeutig. So, und zwar für diese illegale Dienstleistung, also Hawala-Banking ist eine illegale Dienstleistung, das haben wir inzwischen hier mehrfach bestätigt bekommen, zahlte die Bundesregierung Projektförderkosten von über 3,1 Millionen Euro und davon bleiben ungefähr 10% als Gebühren bei den Hawala-Daren hängen. Und die Hawala-Dare, wie das in Berlin läuft, gibt es ein Beispiel. Setzt euch hin, wenn ihr noch nicht sitzt. Das ist phänomenal. Das Projekt für Ernährungssicherung durch Geldleistungen in Afghanistan. Kooperiert mit dem Auswärtigen Amt und dem Verein Deutsche Welthungerhilfe. 2023 und 2024, also ganz aktuell, belieb sich die staatlich geförderten Projektkosten auf eben diese 3,1 Millionen Euro. Jetzt der Ablauf, Leute. Hinsetzen. Ein Vereinsmitarbeiter übergab das Bargeld einem Hawala-Dare in Europa. Also, ein Vereinsmitarbeiter übergab das Bargeld des Bundesministeriums für Außen an ein Hawala-Dare in Europa, die von der Staatsanwaltschaft gejagt werden. Dabei handelt es sich häufig um Juweliere oder Restaurantbetreiber. Geldwäsche will kommen. Anschließend zahlte ein verbundener Geldagent in Afghanistan die gleiche Summe an einen Empfänger aus. Leute, und ihr wundert euch noch, dass die AfD so viele Stimmen hat und dass die inzwischen wirklich alle fragen, ob ihr noch alle Latten am Zaun habt. Also, wenn ihr Probleme habt, Geldleistungen in Afghanistan zu finanzieren, dann ruft mal die CIA an und lasst euch erklären, wie das funktioniert mit den Koffer voller Dollars, die im Privatjet dahin geflogen werden. Also, wenn es hier Probleme gibt mit Geld für Organisationen, dann nehmt ihr einen eurer Mitarbeiter vom Auswärtigen Amt und setzt dem noch zwei diplomatische Sicherheitsmitarbeiter an Bord und dann fliegen die Business Class mit einer Linienmaschine irgendwo nach Pakistan und haben Geldkoffer dabei. Und dann meldet ihr das Ganze an bei den pakistanischen Behörden, dass ihr mit Bargeld nach Pakistan reist, um das Geld dort dann zu übergeben an der Grenze an eben diese Stellen. Noch besser wäre es, ihr lasst diesen ganzen Schwachsinn sein, mit unserem Geld nach Afghanistan zu schicken. Wie heißt es hier? Ernährungssicherung durch Geldleistung. Nein, wie wäre es mal mit Ernährungssicherung durch Essenspakete? Ja, also anstatt, dass ihr Geld dahin schickt, könnt ihr auch einfach Essen dahin schicken. Nein, auf die Idee kommen sie nicht, aber es ist hier phänomenal. Also, die UN-Flüchtlingshilfe sagt, es ist ein System zur Finanzierung von Terrorismus und es ist illegal. Die BaFin sagt, es kann nicht legal betrieben werden, es ist illegal und an die Betreiber gehen wir regelmäßig mit Haftstrafen heran. Das Strafgesetzbuch sagt hier, Paragraf 27, als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen, zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. Da die BaFin hier selbst gesagt hat, das sogenannte Hawala-Banking kann in Deutschland nicht legal betrieben werden. Ja, was macht ihr denn? Leute, was macht ihr denn? Ihr seid der Wahnsinnige im Kopf. Ihr seid der richtig Wahnsinnige im Kopf. Und wir haben euch dabei erwischt. Wir haben euch erwischt dabei, ganz einfach. Und da kommt ihr so einfach nicht raus. Ich bin froh, wer hier jetzt eine Anzeige schreibt an Frau Baerbock. Ich habe gar nicht die Zeit und die Kapazität, so viele Anzeigen zu schreiben, wie man hier müsste. Aber das ist wirklich interessant. Ich gebe euch alle Quellen heute in der Videobeschreibung und in den Kommentaren unten drunter. Und dann könnt ihr ja mal überlegen. Und jeder, der eine Strafanzeige an Frau Baerbock gestellt hat, der kann ja mal mir eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar schreiben. Ich sammle die dann auch. Aber das hätte ich gern mal staatsanwaltschaftlich geprüft, ob es denn wirklich rechtens ist, wenn wir wissentlich Taliban-Finanzierern hier unser Steuergeld in den Hals schmeißen. Und nochmal, dann wundern sie sich, dass die AfD so viele Stimmen hat. Und Suleiman A. aus Mannheim, haben wir ja gesehen, was da gestern passiert ist. Er hat sicher auch schon Hawala benutzt. Aber zu Mannheim kommen wir in einem gesonderten Video. Ich möchte erst warten, wie es dem Polizist am Ende geht. Das ist das Traurigste an der Sache, dass der Polizist hier das Hauptopfer geworden ist. Reden wir in einem anderen Video drüber. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Zeigst du Frau Baerbock an, dann schreib mir das mal unter dieses Video. Damit bis bald. Und dann schreib mir das mal unter dieses Video.